Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Shoki Benoki mit Daily Tagesdosis angehender Wissen, genau! Das war so ein flutschiges Intro heute hier, Mensch. Alle eingebunden. Und heute Geburtstag hat Martin Schmidt. Wer kennt Martin Schmidt? Also mit dem Bild hätten wir nicht erkannt. Dem hätten wir nicht erkannt, aber mit dem Bild. Da, Martin Schmidt, der Milka-Mann, ja. Unser Martin Schmidt, heute Geburtstag, geboren hat es seit 78. 78, der ist ein bisschen, ein Ticken jünger als ich. Mein Jahrgang. Dein Jahrgang? Nee, ich bin auch Jahrgang. Aber du bist auch noch ein Ticken jünger als ich. Ja, aber der ist ein halbes Jahr älter als ich, ungefähr. Achso, okay. Einmal hat er mal was gewonnen, ne? Der hat früher Olympiasieger. Also Olympiasieger. Ich lese es mal ab. Er hat den Gesamt-Weltcup. Zweimal. 99 und 2000. 99 und 2000. Genau. Und dann war er mit der Mannschaft noch Olympiasieger 2002. In der Mannschaftswerte. Aber das war ja, also ich kenne Martin Schmidt eigentlich nur als Milka-Mann. Und er hat mal was gewonnen, da war mal gut irgendwo. Vier-Schanzen-Turnier und so weiter. Und dann hat er aber irgendwie immer so mitgesprungen und war so weder Fisch noch Aal. Ja. Ich fand es halt immer krass. Ich fand es immer krass, wenn er dann im Sommer zugenommen hat und im Winter wieder abgenommen hat. War das so? Ja, also du hast dann seine Gesichtsveränderung, also am Gesicht hast du es immer bei ihm gesehen. Ja gut, er musste ja, im Sommer musste er die ganzen Pakete Milka fressen. Richtig, genau. Und im Winter musste er aber wieder schmal sein. Ja, genau. Ist ja ganz wichtig. Ab. Am 29. Januar 2006. Ja. Da war ja auch der Gammelfleisch-Skandal. Der Gammelfleisch-Skandal. Der Gammelfleisch-Skandal. Der Gammelfleisch-Skandal. Also es ist ja... Schupp-Schupp. Ja, guck mal hier so. Das war Gammelfleisch. Das ist Gammelfleisch. Alter, ekelhaft. Ekelhaft. Wer sucht denn diese Bilder raus? Weiß ich auch nicht. Ja. Ja, jedenfalls war der Gammelfleisch-Skandal. Kennst du auch von zu Hause, von der Couch? Ja. Ja. 1929. Was war das? Am 29. Januar. Ja, was war das? Eine Marke wurde ein Name. Das Tempotaschentuch. Ach so, ja. Weil die Leute sagen ja heute nicht mehr, kann ich ein Zellstofftuch haben? Sondern die sagen, kann ich mal ein Tempo haben. Ein Tempo, ja. Also was diese Firma... Kann ich ein Taschentuch haben, kann ich ein Tempo haben. Ja. So. Und die haben es wirklich geschafft, aus ihrem Produkt. Die Dinger kennst du ja von der Kinder. Den hat ja deine Mama immer so neben das Kopfkissen gelegt. Ja. So in der Pubertät. Ja, genau. Ja, immer so. Christian, ich lege dir mal so ein Tempotaschentuch hier so aufs Kopfkissen. Wir haben heute gelernt, dass Sascha ein Arschloch ist. Nein, wir haben nicht gelernt. Wir haben gelernt, Martin Schmidt hat Geburtstag am 29. Januar, Gammelfleisch-Skandal und das Papiertaschentuch Tempo wurde erfunden. Ja. Genau. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen am 30. Januar. Heute ist vielleicht 20. Vielleicht kommt Sascha nicht. Wir müssen mal gucken. Ja. Tschö. Tschö. Schnelle Hause, Gäste. Tempotaschentuch benutzen. Ja, du mich auch. Knänte. Ja, du dich nicht wahrstمر. Ja. 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 Ja.